Die 5 coolsten Jobs auf der Erde, bei denen Sie sich bewerben können. Sind Sie gelangweilt von dem jetzigen Job und auf der Suche nach etwas Neuem? Dies kann das richtige Video für Sie sein. Von der Überprüfung von Luxus-Hotels und dem Bezahlen über das Kuscheln von Koalas bis hin zum Schwimmen mit Delfinen. Dies ist die Liste der 5 coolsten Jobs auf der Erde. Viel Spaß! Nummer 5, Luxus-Ferienkritiker. Für diesen Job müssen Sie um die Welt reisen, die in alle luxuriösen Ferienorte in der Welt geht. Alle Ausgaben werden gezahlt und überprüfen Sie sie für Urlaubsunternehmen. Die Urlaubsreise können bis zu 600.000 Euro kosten und Sie können sogar an Orte gehen, an denen Sie normalerweise eine lange Warteliste haben. Und um all das zu tun, werden Sie wettbewerbsfähig bezahlt. Es gibt viele Leute, die das gerne kostenlos machen würden, aber dafür bezahlt zu werden, ist ein ganz neues Level. Nummer 4, Schokoladenverkoster. Ein Schokoladenverkoster oder Berater, wie der Name schon sagt, ist jemand, der Schokolade für seinen Verdienst schmeckt. Sie schmecken die Schokolade und geben dann ihre Meinung an die Unternehmen weiter, ob die Schokolade schön ist oder nicht, wo sie sich auszeichnet und wo sie sich verbessern könnte. Nummer 3, Wasserrutschentester. Die Aufgabe eines Wasserrutschers ist es, für 6 Monate durch die ganze Welt zu reisen und die besten Wasserparks der Welt zu überprüfen. Sie gehen zu den Wasserparks und alle Ausgaben werden bezahlt, testen jede Rutsche, die sie haben und geben dann einen Überblick über die Qualität. Das einzige Problem ist, dass eines Tages eine Rutsche nicht mehr sicher ist und da es Ihr Job ist, es zu testen. Nummer 2, Professioneller Zombie. Wenn Sie in der Nähe der London Bridge Experience oder der London Dungeons wohnen, können Sie Ihren Lebensunterhalt als Zombie bestreiten, indem Sie sich verkleiden und die Besucher verängstigen, indem Sie zufällig aus Dunkeln springen. Dafür werden Sie gut bezahlt und müssen nicht wirklich arbeiten. Nummer 1, Wildlife Caretaker. Dieses Zitat aus der Stellenbeschreibung sagt alles. Als Wildlife Caretaker schwimmen Sie mit Seelöwen, begegnen große weiße Haien und helfen bei Naturschutzprojekten. Ihre Aufgaben werden es Ihnen ermöglichen, unsere wunderbare Umgebung zu Fuß mit dem Kajak, Fahrrad und Boot zu erkunden, indem Sie nur Fotos machen und nur Fußspuren hinterlassen. Auf Kangaroo Island werden Sie mit Murmeltieren und Kuschelkoalas sprechen, am unberührten Strand von Seal Bay mit Robben Sonnenbarben, Ameisen in unberührten Buschland füttern und im Kristanklandwasser mit Delfinen spielen. Das ist das Ende der Liste. Vielleicht sollten Sie sich nicht zu sehr mitreißen lassen. Denken Sie darüber nach, bevor Sie Ihren jetzigen Job kündigen, weil wir alle mit Delfinen spielen wollen, um unseren Lebensunterhalt zu verdienen. Aber wir können es nicht alle tun. Liked, teilt und abonniert, falls euch das Video gefallen hat. Und folgt mir auf Facebook. Dort werdet ihr immer neue Posts finden von neuen Videos. Der Link ist unten in den Kommentaren oder in der Beschreibung. Ciao und wiedersehen. Euer E-Force in 2.2. Alles klar, das ist David von BrosTV. Haut rein! E-Force in 2.3. E-Force in 2.3. E-Force in 3.3. 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 Untertitelung des ZDF, 2020